Meine Damen und Herren, Minus Schunker! Ich kenne die Flecke ziemlich gut. Aber ja, dieses Mal. Letztes Mal anschauen. Es gibt sicher noch ein paar Spuren, die man ein wenig schneiden kann. Ja und so. Ist die Bauer gegeben? Gibt es jetzt noch? Ja, dann geht es los. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.